Schatz, bist du in der Küche? Ja. Was machst du? Ich, ich guck mir nur schnell ein T-Shirt raus, ich hab eine Schwitztüße. So sah mein Leben vor zehn Jahren aus. Der Alkohol hat mein Leben bestimmt und mich zu seiner Geisel gemacht. Nun lebe ich seit zehn Jahren trocken und habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen und sie über die Krankheit zu informieren. Die Verbindung meiner persönlichen Geschichte mit meiner fachlichen Kompetenz ermöglicht es mir, die Aufmerksamkeit meiner Seminalteilnehmer zu gewinnen und Emotionen zu erzeugen. Denn Aufmerksamkeit und Emotionen schafft Erinnerung und Erinnerung schafft Lernerfolg. Herr Weihrauch ist kompetent, authentisch und hat einen sehr guten Zugang zu den Studierenden. Seine Lehrveranstaltung bietet den Studierenden einen sehr guten Mehrwert. Ob Bildungseinrichtungen, soziale Institutionen, Unternehmen, das Thema Sucht betrifft uns alle. Für meine Auftraggeber gestalte ich meine Seminare individuell, ob für Führungskräfte, Angestellte oder Auszubildende. Herr Weihrauch hat mit seinem Fingerspitzengefühl meine Mitarbeiter bei diesem sensiblen und aktuellen Thema abgeholt, begeistert und zum Nachdenken angeregt. Dafür bedanke ich mich bei ihm. Dank meiner Trockenheit sieht mein Leben heute so aus. Meine Familie und diese Arbeit geben mir den Halt, trocken zu bleiben. Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen.